Der Taifun Hagupit hat mit voller Wucht die Philippinen getroffen. Mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde trifft er im Osten des Inselstaats auf Land, wie hier in Legaspi. Tausende Häuser werden zerstört, Stromleitungen werden herabgerissen. Millionen Menschen suchen Schutz in Notunterkünften, mindestens zwei kommen ums Leben. Drei Tage dürfte es dauern, bis Hagupit über die Philippinen hinweggezogen ist. In der Hauptstadt Manila, weiter im Nordwesten, bereiten sich die Menschen bereits auf seine Ankunft vor. Erst vor einem Jahr waren die Philippinen von dem Supertaifun Haiyan getroffen worden. Damals kamen mehr als 7000 Menschen ums Leben.